hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge sons of the forest ja es ist aktuell wie es ist mich hier so schief das ist ja komisch oder sieht das nur so aus moment das muss ich gleich mal ausprobieren habe ich noch irgendwo baumstämme rum verliegen im wachstum des wortes einer und noch einer normalerweise müsste ich ja genau im raster sein normalerweise aber gut was ist hier schon normal schauen wir mal ob dem tatsächlich so ist wie bin ich neben raster ich weiß auch nicht woran das liegt ich bin verwirrt mehr als sonst nein das wird so nicht aber wobei doch ja vielleicht ist die wand schief ich glaube jetzt kommen wir hier an die grenze dass wir hier kein mehr dran machen können genau meinst du so sagt man hier ist noch ein baum stand was wird es werden ja nun das hat keiner fragt was der plan ist weiß ich ja nicht was ist der plan der plan ja der plan der plan ist ausprobieren dinge ausprobieren das sieht hier alles ein bisschen komisch aus ja das ist absolut richtig und das ist auch so gewollt nicht dass sich jemand wundert es ist ein kunstprojekt der 6b aus bremen ja so ist es auf dem schulhof das ist in bremen ganz normal auch das könntest du bitte ich möchte nicht dass du hier ist das spiel hier sind spiele warum sind hier spiele und gefertigt dass der hat hier eine hier drüben ist sechste klasse da drüben ist dritte klasse deswegen steht hier der elektrozaun damit die kinder der dritte klasse wird hier ausprobieren ja die sechste klasse sehr aggressiv das ist aber auch komplett normal ja 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 gut was mache ich hier ich habe keine ahnung Stonehedge. Wenn ich fertig bin, ist es auf jeden Fall eine Art Stonehedge, sagen wir mal. Ich will hier nicht zu viel versprechen, aber so ungefähr wird das werden. Den hier noch weg. So alles zurückbauen, sind wir doch mal realistisch. Holz. Zwischendurch brauchen wir wieder Holz vor der Hütte. Hier steht Holz. Nehmen wir das doch. Ja genau, böser Baum. Ganz normales Braunschweiger-Baumverhalten. Ich bin schon in Braunschweig, weil ich gerade noch in Bremsen bin. Na gut, so ist das manchmal. Ich bin umgezogen zwischendurch. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Das hier, warum geht das jetzt nicht nach oben? Ich möchte, stehen wir wieder vor demselben Problem. Hm. Es ist dieser eine Meter. Es ist dieser eine Meter. Na ja, an denen hängt es halt manchmal. Machst du nichts. So. Warst du mit den Baumstämmen hier los? Könnt ihr bitte hier bleiben? Die haben Angst vor mir, deswegen rennen die weg. So. So, so, so. Das ist doch schief. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass das gerade ist, oder? So. So, der kommt hier auch weg. Der hat hier nichts zu suchen. Ich bin hier mal gespannt. Was es wird, wenn es fertig ist? Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also mein Plan ist, ähm, austauschbar. mit einer Ereignisse und ähm, , wer auf die Ereignisse. Er nimmt. Ich habe die Ereignisse in der Ereignisse in der Ereignisse. Wenn ich glaub, das ziehe. der geht nicht weg mit der geht auch nicht weg der würde der würde weg gehen aber passt das reicht ja hier ist doch super das ist doch super ein bisschen holz sparen wir haben hier auch grünen daumen abdruck den wir hier präsentieren müssen wir sind ja auch klimaneutral das ist ganz klar das ist das weiß jeder denn hier wird alles wieder verwendet das sieht komisch aus das machen wir nicht sieht immer noch komisch aus und nütz was ist denn das für ich würde gerne na ja na ja was soll ich dazu sagen ihr braucht mich gar nicht so angucken ich bin selber gespannt was das hier wird ich bin völlig außer rand und band hier was mein raster angeht warte mal das passt das passt das hier ist noch ein weird das passt hier fehlt du bist falsch du bist falsch solltest du wissen ich wollte den eigentlich ich kriege jetzt aber kann mehr darunter naja gut okay wir leben jetzt einfach damit ich komme hier wieder rein ich komme wieder rein irgendwann früher oder später komme ich wieder ins raster ist mir jetzt aber auch gerade lachs kurz hierhin geworfen dann kommt der hier weg der kommt hier hin das sehen wir am ende alles gar nicht mehr das wird hier alles zugebaut das sieht am ende kein schwein genau sehr schön wunder wunder wunderschön so baumstamm ich hätte gern ich hätte gern noch ich hätte gern wo ist dahin hier war doch keiner hier also ob das gut ist weiß ich nicht aber es ist okay ich falle endlich um der hier auch noch es ist mir hierzu schattig sehr gut sieht man hier auch wieder langsam mal was was kommt hier hin was kommt dahin naja okay verstehe was ist denn nicht das was ich wollte die ecke bleibt mal ach weißt du es ist doch ich könnte aber warte 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 den also angenommen der bleibt der nicht aber da fehlt schon einer das heißt der muss der nicht so hoffe dass meine rechnung aufgeht ich bin sehr vielleicht ein oder andere schon mitbekommen ich bin sehr wirr weil ich habe keine ahnung welche überhaupt mache das ist aber nicht schlimm man muss ja auch nicht immer wissen was man macht man muss nur wissen das ist am ende ein großes ziel gibt ich kann ja zwei baumstimme aber aus nämlich wenn man der bleibt logischerweise den kann ich nicht wegnehmen das hier ist abfall schmutz ich packe hier mal den hin den weg ist eigentlich ein ganzer hier ich glaube ja ich glaube nicht spätestens jetzt nicht mehr das war auch nur drei viertel ok gut dann das steht das steht der bleibt der nicht flieg sei frei die welt gehört hier ok ja kevin ich weiß das ist hier alles noch ein bisschen rudimentär könnte man sagen holz 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 1 2 der nein ich brauche den hier unten der kommt nämlich hier hin ich bin ja mal gespannt wie ich aus dieser nummer wieder rauskomme hier ich habe keine ahnung wo die reise hin geht wirklich nicht ich habe ich weiß es nicht einfach mal was passiert und wie wir hier mit steinen weiter kommen ich kann es auch gerade nicht sagen ich ehrlich bin einfach mal dinge ausprobieren also ich habe da wie gesagt irgendwas im kopf viel quatsch meistens ich bin ja schon wieder falsch hier warte mal kurz lass mich mal 1 2 haupttache ihr habt spaß ist klar 12 ja manchmal ist bei mir aber auch oftmals verloren warum ist denn das jetzt schon wieder so ach so das kann ja gar nicht das kann ja gar nicht so wie ich das warte der kommt dahin die kriegt hat nicht raus moment ihr habt gleich auch mal baum stammen großen das ist logisch dass das nicht funktionieren kann deswegen kommt der hierhin hierhin bitte könntest du nicht nicht es ist aber der geht logischerweise nicht weg den will ich nicht wegnehmen aus ästhetischen gründen den kann ich nicht wegnehmen gib mir mal ich brauche einen halben ich brauche doch nur mal einen halben ich glaube der passt ja nicht hin naja komm scheiße oh man es wird für den einen oder anderen jetzt vielleicht noch nicht so viel sinn machen wie mein plan ist aber das ist gar nicht schlimm weil hier ist auch noch ein halber ok passt das besser ne passt auch nicht was kein halber ist siehst du es ist einfach kein halber so hä ja ich wollte doch eigentlich nur ich brauche einen zwei drittel baum stammen was stehen da unten schon wieder für ein quatsch rum oh meter passt mal einmal nicht auf so bleibt mal genau zwei drittel baum stammen danke virginia für was auch immer hier die steinlage sind voll alter schwede cool dann müsste der hier hin passen genau dann kann ich den hier nämlich raus machen das war der plan gewesen damit ich hier wieder am raster bin darum geht es nämlich eigentlich so dann ist der über ja der muss raus du musst da ein halber hin kriegen das alles hin weil sonst kommt man hier nachher nicht durch das wäre ziemlich unvorteilhaft ganz kurz wir sind ab da ist richtig das heißt der muss weg dann ist der richtig das ist richtig jetzt passt es wieder der ist falsch dafür kommt hier einer hin hoffentlich ist er zu groß oder ist er zu klein das macht ja keinen sinn ne nein das macht keinen sinn das quatsch du bist quatsch so dann kann der weg jetzt haben wir es langsam und dann kommt der einmal hier hin und der kommt hier hin so cool dann haben wir das fertig ich weiß nicht was es ist aber wie ist es fertig der pass der hier der hier kommt noch weg dann passt das hier aber nicht ne ja der kann nicht weg ja das ist statisch in ordnung für schlechte zeiten der kann auch weg nein nicht der aber der aber der so immer hier gesichert und dann eins zwei der und der cool das kann so bleiben so auf der seite passt das das ist schon mal schön und hier naja nicht so richtig das ist ein ganzer ne der hilft mir gerade nicht äh ich brauche glaube ich einen halben hm 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 ja ja ich würde es erstmal einmal kurz schwön machen ne einfach nur mal ein bisschen fürs gefühl fürs auge aber ein bisschen ansehnlich machen und dann können wir hier gleich weiter bauen. Okay. Ja, denke ich auch. So, warte mal. Der müsste der hier hin. Der kommt weg. Was? Wer bist denn du? Was ist denn hier passiert? Leute, also ehrlich. Die dritte Klasse wollte wieder über den Zaun. Naja, gut. Dann ist das halt so. Okay, das passt soweit. Das ist schon mal schön. Pass auf. Und jetzt geht der eigentliche Teil los. Der interessante Teil. Hoffentlich. Also, theoretisch. Vielleicht. Also, zumindest war der Plan. Warum geht das nicht? Ich hasse alles. Oh, ich hätte es vielleicht mal ausprobieren sollen, ne? Weil der Plan war jetzt nämlich gewesen, die Baumstämme durch Steine zu ersetzen. Also, nicht alle, aber ich dachte, das geht. Wie geht das nicht? Wie geht das nicht? Also, schade. Ich hatte ein nervöses Zucken im Auge. Warum? Ich meine, ich kann jetzt einen Boden reinziehen. Das ist schön. Das erfreut mich auch irgendwie. Ich kann hier nicht dran bauen. Warum kann ich hier nicht dran bauen? Das ist ja ärgerlich. Ich habe da wohl einen Gedankenfehler. Okay. Das geht. Irgendwie raffe ich es noch nicht so richtig, aber gut. Ich probiere mich mal aus. So, es wird schon wieder dunkel. Krass. Im Prinzip wollte ich das Game so ein bisschen austricksen. Ich habe aber das Gefühl, dass es eher andersrum ist. Na so, die Geschichte. Also, wenn ich hier... Also, theoretisch... Oh, mein Gott! Das schreckt mich doch nicht so. Im Dunkeln auch noch. Au! Bist du verrückt? Mann, 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 Mann. Die sind schon wieder sehr aggressiv hier, die... Nachbarn. Ich würde sagen, ich gehe mal eben... Ich gehe mal ins Bett. Ich werde mal eine Nacht drüber schlafen. Ich überdenke jetzt gerade mal mein Leben. Ich gehe mal in... Ich gehe mal in... Ich gehe mal in... Ich gehe mal in... Ach. Ja. Also. Danke, Virginia. Das ist ganz zauberhaft von dir. Vielleicht... Aber das geht ja auch nicht, oder? Wenn ich hier jetzt einfach... Ich meine, das hier ist der höchste Punkt. Sozusagen. Bis hierhin geht das. Mit Holz kann ich das machen. Mal was ausprobieren. Keine Ahnung, ob das geht, aber gut. Kevin, ich weiß, das sieht so aus, als ob die Felsbrocken voll sind, aber das wird sich gleich ändern. So. Aber ich hatte eigentlich irgendwie gehofft, im Laufe dieses Aufbauwahnsinns hier, dass es eventuell... Hier irgendwo andockt. Geht aber nicht. Warum ist denn der Holzbaumstamm höher? Als Stein. Warte, 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 warte. Hier, das geht aus... Ne, sehe ich nicht. Ah, hier, guck mal. Es hat gerade... Genau, das ist das, was ich machen wollte. Es geht also doch. Ach, okay, das ist schon mal schön. Allerdings... Na, weiß ich es nicht. Ist doch jetzt schon schief. Es ist jetzt schon schief. Dann bräuchte ich weiter machen. Fress. Fress. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Ich hätte es gerne gerade. Das heißt aber... Jetzt habe ich im Mühe voller Kleinstarbeit hier die Baumstämme rausgezimmert. und jetzt fehlen sie mir naja nun es gibt tage da verlierst es tage der gewinne die anderen kurz den hier mal hin ich brauche nämlich ein maß das heißt ich müsste den eigentlich ich kann den nur dahin machen ich müsste ihn immer dahin machen warum ist das so das wird schief das ist doch scheiße dann geht das nicht wahrscheinlich war das in sich schon schief steht kein problem kein problem weil das in sich schon schief steht okay das heißt ich fange hier an in der hoffnung also generell in sich alles schief hier aber gut ich hatte eigentlich die hoffnung gehabt dass das hier das ist das beste ergebnis glaube ich nicht ich krieg es nicht gerade hin also wenn man einmal den anfang gerade gemacht hat sollte es eigentlich funktionieren hier steht überall stehen hier baumstämme im weg ich glaube dass es deswegen auch nicht geht ich hoffe dass es deswegen nicht geht okay wenn ich hoffe ich habe ich nicht getroffen das wollte ich nicht jetzt das geht das ist nicht im ernst oder ich kann nur schief bauen ja ich kann nur schief bauen und deswegen brauche ich erst in der nächsten folge weiter schief schief ist es alles schief schief und krumm kelvin schief und krumm ja lasst gern mal kommentare da wie ihr das hier bauen würdet oder vorschläge weil ich bin gerade ein bisschen ratlos bis ich die kommentare leben wir jetzt wahrscheinlich schon gelesen haben gebaut haben aber ja schauen wir mal ich sag mal mit gleich